Ja du kannst ruhig noch mal. Boah wer strahlen. Boah Licht. Und das ganze ohne Waschmittel. Ein paar Wolke waschen. Das werden wir weich. Not sponsored. Ich glaube da werden wir eher weich. Aber das ist ja so. Meister proper. Der ist eigentlich ein Schirm für den Boden oder für alles. Ja. Ja. Herzlich willkommen zu einem neuen Serveren. Moment ich muss dich erst sortieren. Ja. Ich muss mich sortieren. Das liegt an der Strahlung. Ja. Aber herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Genau. Wir haben Wochenende. Jihau. Huba. Und ich spiele wieder Masu Pilami. Und das heißt jetzt Huba. Huba Adventure. Okay. Ja. Und wir sind ja jetzt auf den Kapitel 3. Kapitel 3. Inseln. Genau. Laternentempel. Das wird sicherlich sehr schön werden. Sicherheit. Und mit wem spiele ich denn? Mach ich sie? Ne die waren mir zu blöd. Ja. Die können alles gleich hier. Ich weiß. Also das Push ist einfach nur anziehen. Aber mit der habe ich mich da durch das eine Boss Ding gequält. Das erste. Das erste. Ja. Na gut. Ich gebe ihr noch mal eine Chance. Ja. Ähm. Sollen wir direkt starten? Ah ja? Ja. Abenteuer. Ich muss erst mal hier irgendwie auch mal bequemer sitzen. Dann. So. Nein. Da geht es nicht weiter. Sieht aber schön aus. Ja. Noch. Oh. Geht sofort los. Oh Mann. Huba. Okay. Oh. Dunkel. Natürlich. Muss man hier genauer dann gucken. Ja. Was bist du? Ein Frosch. Ein Glühfrosch. Oh shit. Okay. 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 Ähm. Der macht Schaden. Ach der ist dann wie die ähm. Wie diese Vampir-Fuzzis oder so. Wie diese Fledermäuse. Wenn die dann so vor sich hin. Nur wir müssen hier dann genauer gucken. Ja ja. Ob hier Geheimnisse sind. Oder? Ja. Hopala. Toll. Hopala. 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 Oh guck mal da oben ist eine Feder. Oh. Nein. Das ist wahr. Da war kein Geheimnis, oder? Nee. Ich mag dunkel nicht. Oh. Nur noch einmal. Warst du zum letzten Mal ein Frosch? Das sind einfach nur Lichter. Warte. Ja. Das sieht aus. Mehr nicht. Ich wünsche, das wäre schon das gewesen. Ja. Er ist schon richtig böse hier. Ja. Aber ich glaube, man sieht immer, ob da was wäre, oder nicht. Ja, ja. Ich denke schon. Warte. Ja, der ist doch mal. Dann müsstest du wahrscheinlich dann nochmal gucken, ob du da oben raufkommst. Uh. Jetzt spinnen doch meine Ohren rum. Ist das nicht schön? Mhm. Bestimmt, weil wir zu spät aufgestanden sind. Ich habe ein Problem damit. Nein, mein Körper hat ein Problem damit, bis später aufstehen. Du meinst... Ja, genau. Von hier müsstest du dann beschleunigt irgendwie da rüber hüpfen. Ja, das ist nicht beschleunigen, meine... Schöne. Ja, guck. Ah, noch eine Feder. Siehst du mal. Ja, die Feder habe ich gesehen. So. Mann. Oh. Da gibt es nichts, ne? Ne, das sieht nicht so aus. Ne. Ah, das ist... Oh, weder die Blöde. Nein. Letzten. Hm. Da ist so nix. Da ist auch nix, genau. Das hat man schon. Okay. Ja, da geht es unten wahrscheinlich nicht weiter. Da... ...hättest du überlegen kommen, ob du... Ja. ...spät genug dich sozusagen weiterhangelst. Ne, da geht es nicht. Ne, da... ...hättet die Kamera dann auch schon sich mitbewegt. Ah, da geht es irgendwo wahrscheinlich auch noch runter. Ja, da oben ist auch was. Oh, wie. Wäre man da jetzt dran gekommen? Ne, gar nicht. Das kommst du unter Umständen von der Seite irgendwo noch hin. Na, und? Ja, ja, geht aber auch runter. Ja, guck mal. Ah, so kommt man dann auch wieder. Was kann das denn wohl sein? Ach so ist das. Okay. Ah. Oh mein Gott. Nein. Ich will doch einfach nur... Oh Gott. Äh, warte. Oh mein Gott. Oh Gott, ja. Ich, äh... Geschafft, siehst du? Aber ja, ähm... Interessant. Gut, jetzt haben wir das ja, Gott sei Dank, hinter uns. Ah, guck mal. Das haben wir also auch. Oh, scheiße. Jo. Das, ähm, war ja klar. Das ist echt böse hier. Ja. Weil man kaum was sieht. Das gefällt mir gar nicht. Oi. Oi, oi. Oi. Äpfel, äpfel, äpfel. Äpfel. Oh, jäsc, jäklaa. Da war's. Hm, fehlt ihm. Äpfel, äpfel, äpfel. das ist cool gemacht ja auf jeden fall das design ist einfach der wahnsinn wir sollen das gehen wenn du unten beschleunigt drüber hüpfst oder so ja das war doch du warst zu früh dran denke ich aber mein portal habe ich ja oder muss ich da du musst du portal bleibt war ich denn schon mal vorher an dem speicherpunkt ja du bist ja bis zu dem speicherpunkt zurück aber das ist auch vor dem portal ja aber normalerweise müsste das trotzdem sich gemerkt haben fängt wieder sehr gut an wollte gerade schon wieder in den tod springen ich spiele ich nicht so gerne mit aber ich habe ja mein ticket bekommen ja eben also ich meine ja jetzt kann sie ja noch mal gucken wegen dem wieso was soll denn da weiß ich nicht weg ist weg ja sicher ist sicher gott das ist auch sicher ist sicher sind nur sicherheitsvorkehrungen ob ich hier jemals rauskomme bestimmt mit allen rädern ja mit sicherheit ich bin nur zeit lassen aber keine zeit ja eben ich weiß immer ungeduldig ja eigentlich habe ich zeit ja auch wenn wir ja noch die zeit um die weintrauben oder mehr weintrauben sind ja ja meine lieblingsstelle und wie soll das jetzt wenn das ganz unten ist hübsch du rüber ja guck mal der speicherpunkt und ja auch langsamer zeit was soll das jetzt hübsch du rüber und drunter durchrollen dann jetzt zum beispiel da musst du dann von der anderen seite kommen oh gott ja ich habe ja auch auf dieses feuer debacle sehr viel lust wieso rollst du auch nicht nein wir wollen uns zeit lassen wollen ja jeden punkten mitnehmen genau hier passiert doch gleich wieder was oder guck mal ob du nach rechts da links runter kommst da weil da guck mal aber keine fehler das nicht aber halt viele die eine nehme ich auch mit kann ja nichts schlimmes passen ich möchte hier gerne durch ah come on da 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 sehr schön ok da geht es nicht weiter ja natürlich nehme ich lieber den weg oh mein gott ich habe es gewusst ich ich ähm oh feder schön oh lasst mich durch genau genau ins loch ich wollte schon wieder ohne flugschein durch oh mann also die feder war da war hier aber die habe ich tatsächlich offiziell hat die zeit gereicht nicht schon wieder was ist hier was ist hier wo du musst links 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 du hättest dich da links verstecken müssen dann wäre der kubel da runter und dann hättest du ja aber sowas denkt man schon wieder beinahe irgendwann schaffe ich es dass ich mich da einfach runterkugelst hast du gesehen hat mir keinen schaden gemacht weil ich auf seinem kopf irgendwie ja vielleicht hat es gerade so gereicht oh shit also du meinst ja genau da 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 tust du dich genau da bleibst du jetzt stehen weil er mir da dann den weg kannst du auch gleich hinterher ich habe mich einfach losgelassen wieso ah man jetzt doch mal ein bisschen man geht doch so diesmal das ist doch eigentlich nicht so siehst du schon irgendwas was kommt jetzt ach der schluss ja anscheinend ich hoffe dass ich alle glaube schon das ist der der dich von achso das ist ja siehste alles eingesammelt da können wir ja beruhigt weitermachen genau ring herausforderungen ja die liebe ich die liebe ich besonders ah ok da bin ich ja schon eingearbeitet ich will doch einfach nur oh mein gott nimm 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 nein freund das ist aber auch schlimm sowas hier ja du hast noch 50 sekunden zeit ja und ich muss aber trotzdem gucken dass ich die die dinge hier auch richtig treffe da ist bestimmt wieder der obstmarkt oder so ja ja wahrscheinlich ja was ist hier tic tac schmettern klingt sympathisch na ja schauen wir mal da kannst du rüberhüpfen ja ja du musst dann wenn du da hoch willst dann musst du zur richtigen zeit weiter geht's nicht ne 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 Oh, was? Achso, da ist wieder der Käfer hier. Ah, da oben ist schon nur eine Feder. Sehr schön. Ich trau mich da nicht an. Ja, ja. Back here. Wenigstens wackeln die Sachen vor, da geht's weiter, ne? Was meinst du, warum ich hier eigentlich stehe? Na. Ich glaube, es geht los. Jetzt ist eine Blume nicht richtig. Da geht's, links geht's da auch nochmal hoch. Ja, rechts, da, guck. Äh, aber du meinst hier, da ist hier. Da, ja. Oh, schade. Ah, guck mal, da ist aber das... Wollen wir uns über das hier ja noch keine Sorgen haben. Über das Portal schon mal keine Gedanken machen. Ah, ne, was ist denn das? Ich, ich stehe da nicht drauf. Wow. Das ist genauso. Oh mein Gott, nein. Okay. Und nochmal. Also auf den... Ach ja. Ich hab so'n Ring-Level vermisst. Wie hab ich das denn eben gemacht? Genau so. Oh Gott. Ja, da muss ich wieder zurück. Ja, okay. Man muss halt... Schritt für Schritt. Ja, komplett durch. Das ist, das ist nie was. Man muss wirklich gucken, wie man da vorgeht. Schritt für Schritt für Schritt. Oh, Mann. Diese blöde Nudel. Dam, dam, dam. Es muss doch möglich sein. Ja, ja, natürlich. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Das war nicht schlecht, aber ich war zu früh. Ja. Muss den Ring schon einsammeln. Ja. Ja, doch, geht was doch von unten weiter. Oh, nein, boah, warte. Oh, Mann, nur weil ich mit dem Arsch da drin hängen geblieben bin. Das muss sehr schmerzhaft sein. Rot ist nie gut, ne? Nee. Oh, meinst du, das war eine gute Idee, das so zu machen? Ja, das war gar nicht so schlecht, glaube ich. Ähm, ja, du musst, das ist auch mit dem Arsch. Und wie mache ich das hier? So nicht. Ich gehe nicht ohne das Portal. Jetzt hat alles immer dann geklappt, oder? Ja. Nein, wir müssen, nein, wir müssen das einsammeln. Die Berührungsängste. Nein! Ach, schade. Es war so gut. Ich glaube, ich hatte auch nicht mehr viel. Ich achte nicht auf die Anzahl, die ich noch brauche. Ich gucke immer nur da, wo ich hintappe. Ja, das ist ja auch gut so, dich ablenken lassen. Oh, Gott, nein! Da war ich verwirrt. Weil du unten warst, das heißt, du musst hüpfen. Ach, mein, komm. Ihr wirst gleich ersetzt. Aber in dem Level müssen wir halt mit ihr noch durch, ne? Es liegt nicht an dem Karaka, es liegt nicht an dem Kuchen. Das war doch so wunderschön. Siehst du? Es war ja nur noch dieses eine. Aber jetzt hast du das auch. Die wollen wir uns doch auch nicht entgehen lassen, oder? Ja. Ach, nö, komm. Nein. Die Welle, du weißt, dass das hier manchmal deine Stellen, wo du das hier abwirfst, nicht immer die besten sind? Oh, mein, bleib einfach sitzen, okay? Sitzen, sitzen, sitzen! Geh weg! Wie soll ich denn das machen? Okay. Und jetzt? Was hat das jetzt gebracht? Weiß ich nicht, aber... Nur weil ich jetzt... Hä? Verwirrung? Also da war kein Geheimnis. Ich weiß es nicht, vielleicht in die andere Richtung? In welche andere Richtung? Also wenn du dann nicht nach links weiter gehst, sondern nach rechts? Ah, guck mal. Ah, du musst... Ah, ich muss mich. Mhm. Okay. Ich hab mich schon gefragt, und wieso? Vegen war ein Traum. Ja, und? Ich hab dem Zweifelsfall ein neues Leben. Okay. Du hast schon darauf gewartet, dass irgendwas passiert. Eigentlich schon, ja. Oh Gott. Hm, ja, das ist... Da oben ist auch irgendwas noch. Da komm ich bestimmt... Ja, von der... Von der anderen Seite dann hin. Also, da will ich nie... Irgendwelche Quetschungen haben. Ah, guck mal da, genau. Was? Über den Fuzzi. Ja, komm mal. Der musste sowieso... Oh. Ja, jetzt auch die... Nein. Uh. Shit. Oh Mann. Komm mal. Komm mal jetzt noch mal. Da kommst du mit... Nur... Über den, der wahrscheinlich stand dran. Ja, wahrscheinlich. Ja, das war... Weiter... Jetzt musst du weiter. Sonst gibt's keine Geheimnisse? Das ist im Moment nicht. Oh, mei. Kommst du wahrscheinlich nur über den... Oh shit. Na egal. Das tue ich. Da oben ist, glaube ich, noch ein Geheimnis. Ja, ja. Oder sowas. Ja, sieht so aus. Und wie komme ich da? Ja, ja, da die hochhüpfen halt. Genau. Ja. Ja, und? Ah. Warum denn so schwierig immer denken? Ja, ich weiß es nicht. Und die komme ich hier auch irgendwo? Ja, da... Ne, rauf kommst du wahrscheinlich nicht. Du musst nur... Nach rechts, dann weg. Ich kann ja nicht überall... Genau in den Spalt. Wo bin ich denn... Oh, jetzt bin ich auch noch hier. Die Feder müsste ich ja eigentlich... Ja, die Feder und so weiter hast du da. Das heißt, ich muss da oben nicht unbedingt... Das lief eben fast. Super. Boah. Diesmal... Vielleicht ein bisschen besser... Zielen. Deswegen rolle ich auch nicht so gerne. Weil das dann immer schief geht. Oh Gott. Aua. Willst du den vielleicht wegmachen? Nein. Nicht über... Uh. Komm, wir bleiben das mal her. Ah. Nein, nein, nein. Darauf würde ich noch nicht runtergehen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aber jetzt kann ich runter. Könnte ich... Nee, die kannst du nur von der anderen Seite. Mach doch nichts. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendeine Feder... Ach, guck mal, da ist doch einer. Dann von der... Ah, ja, genau. Da musst du... Huch. Ich kann mir das noch nicht genauer angegucken, ne? Was hier eigentlich abgeht. So, jetzt musst du da schnell genug hoch. Dann da rüber und dann da runter und dann hast du schon deine Feder. Okay, noch keine... Über... Prungen. Ja. Hier muss ich auch schnell... Wie komme ich denn? Du musst denn so... Genau, jetzt... Jetzt... Wenn... Ah, genau. Sowas. Ja, genau. In der Art und Weise. Ähm... Da unten ist wieder ein Geheimnis. Ja. Du kannst ja einfach... Genau. Hättest du ja warten können. Ja, ich wusste nicht, ob ich dran vorbeifliege und dann man keine Möglichkeit mehr hat, das zu bedingen. So. Ui. Da warst du einen Tick zu früh dran. Ja, ist ja aber nicht weit. Egal, ist das denn bitte gewesen? Ähm... Ja, wie geht's weiter, wenn ich da hinkomme? Uuuuuhh! So nicht. Ich hätte... Ich hätte... Ja. Ich hätte es durchrutschen lassen. Irgendwie. So. So zum Beispiel, genau. So, und dann... Da drauf. Dann so und dann so. Wie soll das denn gehen? Ah. Wie ist... Wie? Ist er wieder zurück, dann... Dann musst du hin und her hüpfen und dann wenn die... Ja, okay. Also ich nehm die auf jeden Fall mit. Egal wie. Ja. Wie? Nee, das geht... Ja, du musst... Genau, du musst auf diese Plattform. Jetzt musst du warten. Aber, ja. Genau, so... Ja, das geht bestimmt auch noch besser. Noch besser, ohne dass man ein Herzchen verliert, aber... Also ich wäre jetzt dankbar, wenn wir an einen Speicherpunkt... Wobei, die Fäder ist ja... Wobei, die Fäder ist ja für mir. Die Fäder bleibt ja immer. Ja. Ohoho. Okay. Nein, ich... Wo... Ich will diese Fäder haben. Du warst es, ja. Wie komme ich an die Fäder? Du musst es genau timen. Ja, das... Dass du da erst hochhüpst. Habe ich mir gedacht. Damit du da erst hochhüpst, wo... Wenn die... Wenn auch die Plattform, auf die du dann hüpfen musst, da ist. Lieber noch ein paar Früchtchen einsammeln. Wie ist denn noch ein Level? Ähm... Mann. Und... Das war noch nicht richtig. Das war noch gar nicht die Stelle, wo du hin wolltest. Äh... Ich brauche immer mehr Schmackes, Junge. Ach, der lässt sich nicht. Ach, das ist ja auch nur für die da oben drüber. Genau. Ach, Mann. Möchte nicht. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Macht nix. Kann ich die einfach ignorieren? Oh, Mann. Das nicht. Das nicht. Was ist denn los? Hm? Weiß ich nicht. Was bei dir los ist. Bist nicht konzentriert genug? Nee, weiß ich nicht. Das ist... Nein, ich lasse dich... Ähm... So auch Nerd. Ich will halt weiter und... Die halten mich nur auf. Ja, das ist... Aber das ist der Sinn der Sache. Das ist jetzt wieder die Geduld. Oh, können wir uns jetzt... Das war doch wieder falsch. Ich... Du willst immer nach... Weiter nach rechts. Dabei wolltest du weiter links die Dings einladen. Ja, aber... Wie soll ich denn an die Feder kommen? Du musst einfach den roten... Den linken von den roten... Den... Ähm... Gehst du hin und guckst, dass du das halt dann machst, wenn oben auch die Plattform rauskommt. Jetzt wartest du den Moment. So, jetzt. Jetzt gehst du. Ja. Ja, ich kann nicht für dich drücken. Oder so. Ja, was willst du denn auch groß drücken? Ja, aber der... Der Plan an sich ist das. Das ist der Weg. Ja, ja, das ist der Weg. Ich habe gesprochen. Das ist der Weg. Oh, mein Gott. Oh, nein. Guck mich doch nicht so an, dann darfst du ja auch mal gleich rum. Ich... Deswegen spiele ich diese Spiele nicht. Ich kann nur beratend tätig werden. Wie soll ich denn hier vorgehen? Na, warten, bis das rauskommt. So. Nicht, 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 nicht. 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 Wuh. Wuh. Bitte, Speicherpunkt. Oh, Ende. Fertig. Habe ich alle? Ja. Oh, Gott sei Dank. Ich muss nicht machen. Wann ich ja gar nicht verstehe, warum. Ui. Na, kommt der Obstmarkt. Oder nee, da saß Alternative, oder? Ah, nee, Obstmarkt. Obstmarkt. Ich glaube, das Alternative ist da oben, ja. Ja, wir wollen doch. Hast du noch sieben, dann? Um, da-da-da-da... Uhhhhhh... AHH... Und noch eine Runde. Gib mir das. Oh Gott. Und ich will auch erst so ein paar Sachen hier noch außenrum einsammeln. Ja, okay. Da ist fast 1000 Dinger eingesammelt und auf jeden Fall neun Leben gewesen ist. Hey. Natürlich immer dann, wenn ich gerade was trinken wollte. Ja und? Ich geh nicht weiter bevor du dich drauf drückst. Irrblick. Ja. Sip. Hipplein Herausforderung. Ich will nicht. Geh weg. Ich will nicht. Ach das ist wieder. Oh ne. Neeee. Diesmal ohne Burschis. Ok, dann muss ich warten. Könntest du da rüber rücken. Achso, ja. Stimmt ja. Oh. Hm. Nein. Wie viele sind's denn noch? Äh, noch acht. Das sollte eigentlich, hoffe ich, machbar sein. Oh. So nicht. Wollte ich schon wieder. Oh, ich wollte doch. Weil ich muss das ja abschließen, ne? Sonst komm ich ja nicht weiter. Ja, genau. Sonst geht's nicht weiter, genau. Na. Oh. 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 Oh Gott. Was sollte denn das? Ich fahr gerne. Oh. 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 Das wars! Dumbadamadamadam bam bam! Äh? Oh wie süß! Oh, wie süß! Durchläuft geht's. Cool! Was ist das Spiel? Äh, fallende Ru... Fallende Ruin. Oh Gott, oh Gott. Komm, bestimmt Sachen von oben. Oder von hinten. Von unten. Von überall. Ohne. Oben, unten. Ich hätte schwören können. Oh. Oh. Ah. Jetzt weißt du, was fallende Ruinen heißt. Hm, das ist nicht gut. Okay. Oh Gott, oh Gott. Und jetzt? Äh. Okay, das war irgendwie... Wie? Na, das bleibt dann an der... Wenn das auf 90 Grad sozusagen steht, bleibt es einen Moment stehen. Also fällt es um. Und dann geht es aber irgendwann ganz weg. Aber die Feder ist... Die Feder hast du. Immer noch. Ja, das war ja die hier. Genau. Bis hier ist immer noch alles gut. Und dann fängt der Kampf an. So war das doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und jetzt? Okay. Schön. Kannst ja gucken, ob du dir die Kaube einsammelst. Nein. Eigentlich nicht. Ich hole mir lieber einen Schaden. Weil ich habe ja keinen... Nicht so viel Schaden genug. Ja, da kannst du dir den nächsten einsammeln. Wie dein Herzchen. Ja, da oben links geht es rein. Oben. Das wird ein längerer Weg. Das fängt schon da an, Mädel. Was soll das? Du musst dich wahrscheinlich über die... Über die Wand... Hoch. Hoch. Dingsen. Oh. Oh, okay. Nein, wir werden nicht in Panik ausbrechen. Oh Gott, dafür habe ich ja nicht so viel Zeit. Ja, das wären doch sieben Stück drin. Wie soll denn das gehen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das muss gehen. Ich brauche das Portal. Ja, ja, natürlich geht. Oh, total. Einfach keine Panik. Oh Gott. Emla ist auch dahingestellt. Also, es war auf jeden Fall schon mal zeitlich besser als eben. Ja, aber... Oh Mann. Ham... Zu nah. Ich muss mehr mittig dann gehen. Das stimmt. Das ist leider... Ich will halt keins von den Portalen. Egal wie scheiße. Ja, das macht ja nix. Das ist aber auch echt böse hier. Nein, ich will auch einfach nur das so. Nein! Ich hatte doch eigentlich... Dumme Nudel. Er setzt die... Die Spange zu fest. Nein. Es ist aber auch echt... ...sehr knifflig zu... ...ja, ja. Ja, ja. Oh nein! Du kannst da nicht lang. Ich... Das ist auch nicht schlimm, wenn ich das... Nein, warum? Das ist... Warum sollte das schlimm sein? Ja, keine Ahnung. Alles hat immer dasselbe. Ja, und? Weil du machst das ja, um besser zu werden und so weiter. Nein, keine Ahnung. Nein! Du sollst da rüber! Oh man, ich gucke wirklich mal, ob bei der irgendwie die Spange zu fest sitzt. So, bitte. Ja, ich bin doch schon... Wie viele Sekunden waren es denn noch? Ich glaube noch vier oder sowas. Ach, hier weiter. Ja, da musst du runter. Das ist doch... ...unglaublich. Scheiße. Nein, komm! Oh! Tief durchatmen. Oh! Das war gut. Ja. Warum seid ihr hier? Wahrscheinlich ist da eine Libelle drin. Ach so. Mann, wie hast du denn das geahnt? Ja, es gab halt sonst keine Erklärung, warum da irgendwie was... Oh, komisch. Sonst wäre ich ja auch mal so stark. Ja, ja. 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 Ich geh weg. Oh! Ich hätte mich vielleicht vorher noch mal festhalten sollen. Ja. Aber... Ja. Ja, du hast Recht. Nein, shit. Nö. Nö, ne? Schon, schon in Ordnung, Caro. Ne. Nee, die... Ich will in das Level nicht mehr rein müssen. Oh! Äh, okay. Ah, du musst... Du, da... Ja. Das ist dann, um raufzukommen. Aber da unten ist ja noch mehr. Die Kiste, unter Umständen. Oder auch nicht. Was war denn das? Ach, guck mal. Da ist die Kiste. Tadadadadu. Eine Schlange fackeln. Ja. Äh. Und, und, warum? Okay. Gespeichert. Ja. Oh! Oh, das wird ja immer schlimmer. Muss ich den hier überhaupt? Nee, musst du nicht. Muss ich den? Ja, wahrscheinlich. Damit du weit genug drüben bist. Du Mädel. Miest. Oh, Mädel, du. Ja, komm. Einfach, weil ich das so total toll finde, dass der jetzt weg ist. Kann auch sein, dass du einfach von da aus direkt weiter... Oh, jetzt musst du mal wieder abpassen, dass der... ...nett im Weg ist. Dafür ist dann das Oben im Weg. Ah, da... Was? Müsstest du über die... Dings, um die da oben eins sammeln, müsstest du über die Wand hüpfen. Nee, ich nicht. Machst du nicht, ne? Schneider speichern. Noch eine Feder fehlt. Also, bisher ist keiner übersprungen worden oder so. Die Frage ist, wo ist diese Feder? Vielleicht da unten drunter? Da geht's auch noch runter. Keine Feder? Ja, gut, keine Feder, aber... Mann, ich freue mich schon tierisch auf diesen Endgegner wieder. Oh, das wird was, ey. Ja, damit muss man rechnen. Oh, da bin ich! Mist. Ich höre mich fast genauso an wie die Papageien. Aber ich habe ja alles. Ich habe diese eine Feder. Ja. Oh ja, genau. Weg mit euch. Dann sammle ich mir das ja nochmal ein. Genau. Ja, nee, so nicht, Mädel. Da. Mehr. Muss nur stehen bleiben. Kommt direkt zu dir. Wie soll? Wie, wie? Ja, an dem komme ich irgendwie... Ich glaube, da musst du ein bisschen warten, sozusagen, bis du weit genug unten bist. Oh Gott, wo ist die Feder? Hier nicht. Gar nicht. Da oben vielleicht? Oder da hinten? Da hinten ist die Feder. Ah, du gehst da hoch, dann lässt du dich mit dem rüberfallen. Mit wem? Ich muss über das Rote. Du musst das Rote, aber das kommt ja wieder. Jetzt gehst du da hoch. Achso, ich... Du hättest den oben nehmen müssen. Der kippt ja runter. Und dann bis dahin wäre das Rote wieder da gewesen. Dann kannst du dich rüberziehen. Jetzt muss ich die Scheiße wieder machen. Ja. Dann komme ich hier halt nochmal hin. Genau. Sammelst du dir sozusagen das Leben wieder ein. Oh, was mache ich? Solche Spurenzeln machen wir nie wieder, habe ich gesagt. Ich will da nicht hin, ne? Ne, anscheinend. Du willst noch nicht, dass das Level zu Ende ist. Doch, eigentlich schon. Ich finde das jetzt ganz nett. Aber... Also, das ist auch alles. Hm. Hm. Wenn ich nur nicht diesen einen Fehler da gemacht hätte, dann wären wir vielleicht schon an der... Beim... beim Ende. Am Ende. Ja. Sowieso. Ja, ich weiß auch nicht. Oh. Wie... Ah, ich war schon. Okay, gut. Also, rot, linkes blau, rechtes blau. So, da bleibst du jetzt dran hängen. So. Und jetzt kannst du wieder zurück. Damit hast du deine fünfte Feder. Hier auch eingesammelt. Und jetzt kannst du dir den Rest holen, hier. Wir wollen ja lieber da noch mal hin. Ja. Verstecken und stechen. Toll. Die Musik klingt schon sehr stressig. Oh ja. Genau. Ihr seid mir die Liebsten. Oh, ansonsten. Ah, okay. Da kann ich gar nicht drauf. Nee. Geh weg. Aha. Geh, 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 geh. Zeitlich alles kein Problem. Ei, ei, ei. Ah. Oh. Ah, du musst dich runterrutschen lassen, sozusagen. Und dann hin und her hüpfen, oder so. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht, als ich das entdeckt habe. Oh Mann, jetzt hör doch mal auf, du kleiner Hempel, hier. Ja. Geh, geh, geh. Da, bum, ba, dum, bum, bum. irgendwas ist immer das war zu heiß die musik gestresst ein bisschen aber das klingt wunderbar glaube ich auch sin der sache das ist halt dass man mehr fehler macht ja okay war zu wohin wollen die mich verarschen was soll das denn jetzt wie habe ich das denn vorhin gemacht das weiß ich nicht du hast es wahrscheinlich zeitlich genau abpassen können ja das war auch wunderschön ja komm das geht nicht ja komm geht mir nicht auf die eier ja wie soll das denn gehen man schieß gleich zurück ich brauche dich das jetzt für meinen hintern komm der will aber auch einfach komplett durch die dumme nudel ja wie kann ich denn da abbremsen gar nicht ich habe jetzt schon keinen bon mehr ja will die fehler aber mitnehmen das ist mir schon klar ja das dauert wieder zu lange ja jetzt jetzt komm was okay du hast die feder aber ja ja klar natürlich hast du die feder du hast ja ja eingesammelt oh man du bist gleich tot und es ist mir egal die musik ist zu hol Jetzt komme ich da nicht mehr hin. Ja, toll. Was wird denn dann das mit dem Endball sein? Weiß ich nicht, vielleicht ist das... Schreckliche Dinge. Nein. Super. Nö. Ach man, Speicherpunkt wäre mal ganz toll, da ich nicht immer hier anfangen muss. Was? Da mal los. Der Englido hätte schon längst wieder da sein können. Oh. 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 Ein Speicherpunkt wäre ganz toll. Oh, da war so. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Mm, 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 mm. Mm, mm. Hätte ich vielleicht nochmal abwarten müssen. würde mich natürlich eher beruhigen wenn das wenigstens das geheimnis mit dem mit mit der mit dem portal gewesen wäre aber nächster speicherpunkt oh mein gott scheiße scheiße jetzt beruhig dich doch mal nene ne 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 climbing da unten ist doch ein geheimnis ich will da rein ja perfekt nein nicht nach oben hier in das portal rein bitte oh gott klar das dauert jetzt auch noch mal einen moment das 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 ist toll wie soll denn das gehen die bewegen sich ja nicht nein wie soll das denn gehen will ich ein level eigentlich will ich kein portal überspringen wie soll das denn gehen mädel das ist schön wenn wenigstens die musik noch dran laufen würde wie gibt es dafür das ist doch unmöglich oder ich muss unten lang hüpfen ist auch scheiße wo ist er oh gott oh gott oh mein gott oh man ich will das nicht oh mein gott ich bin durch jetzt muss ich das nur noch hier packen mit einem herz ja oh mein gott ja ok aber portal ist durch das sollte eigentlich jetzt kein problem mehr sein muss einfach nur gucken dass ich den rest überlebe und ich weiß gar nicht man wenn du auch die wartet ja aber auch stunden bis sie mal hüpft die gute oder ich jetzt habe ich wieder das problem oh gott ja genau und da ist eine feder schön das war schon wieder zu knapp krampfhaft mit hüpfen los komm in die patte du blöder frosch oh gott der muss mir jetzt auf den sack gehen nein die feder gehört mir die könnt ihr mir nicht nehmen oh gott wie soll denn ok egal das nehme ich im kauf was ist hier ach da muss ich runter also da gibt es auch keinen anderen weg ok das sieht doch schon wieder scheiße aus oder das kann doch nicht sein dass das hier ich möchte gerne ich möchte gerne oh 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 ja das war ja klar wenigstens ist da ein speicherpunkt müsste ich mich glaube ich wo verstecken die code oder und wie hoffe ich sollte damit nach vorne oder was aber ich komme doch komme ich so wieder zurück weil er macht mich doch platt oder muss ich wenn ich hier lang komme ich dann da oben noch mal dran ja durch das da oder nicht müsste ich gucken ob es einen weg gibt und wo kann ich mich dann hier geht es ja nicht mehr und wenn er mich mal trifft dann bin ich doch blatt also ganz verstehen tue ich es jetzt nicht wo ich mich hier verstecken soll weil 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 ich bin sofort tot wirklich wenn ich mir selber die mal hier kaputt machen könnte wie soll denn das gehen ich komme doch gar nicht hier ok gut und noch einer ich glaube ich geht es zu gut wie soll denn das gehen wo nicht so weit lass dich lass dich oh nein ich hätte warten sollen aber es war besser als vorhin also ich muss tatsächlich hier mit nach vorne wieder und dann gucken dass ich da irgendwie nach und nach dran komme und dann hofft man mädel was machst du denn das ist doch scheiße lass dich lass dich lass dich und lass geh runter oh mein gott ah ok ja aber war das jetzt so oh ja genau oh ich werde dich erstmal platt machen aber das ist doch scheiße jetzt komme ich da nicht mehr hoch das war jetzt kacke ich nee ich komme doch bestimmt da oben nicht hin ich muss doch wie komme ich denn da wieder hin komme ich von der anderen seite nee ne das ist doch kacke also das ist der größte Mist weil ich weiß nicht dann müsste ich schnell sein nein du kleiner blöder Brocken du aber so muss ich es machen weil wenn ich da runter dann komme ich da nicht mehr an die Feder dran ja ok dafür ist auch das rote Dings dass ich da schnell ja dass du da hinkommst ja hm oder ich muss nach der Feder nochmal in irgendeine Schlucht rein zum Zwischen so habe ich das jetzt auch nicht gemeint oh man mädel ach mit der arbeite ich nicht mehr weiß nicht die liegt mir nicht so ok das ist nicht ganz so blöd aber da muss ich jetzt mit dir durch ja ja das ach irgendwie geht es doch immer ja 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 genau das haben wir die ganze Zeit vermieden und jetzt auf einmal lässt sie sich da irgendwie dran rum die sollte sich wirklich schämen gehst du da runter das abzupassen wie habe ich das denn eben gemacht auch so oh shit das eben war besser aber oh man warum bin ich auch komplett tot wenn er mich erwischt das macht überhaupt keinen Sinn das ist doch nur ein kleiner Ball ja mit ein bisschen Feuer wow das tut doch nicht weh hm 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 jetzt hast du den auf jeden Fall kannst mir gar nichts mehr so ihr fliegt jetzt auch hab ich mir ja noch hm 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 oh gott ok man komm bitte was ist nein ich ich du musst warten bis der dann unten durch ist hä ja bei dem roten ding ist ja keinen wenigstens brauche ich jetzt nicht mehr die Fehler die Fehler brauchst du jetzt hier nicht weil hast du gesehen welche die wievielte das war äh da habe ich nicht drauf geachtet ne komm 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 also kann ich direkt gleich runter ja also schon Geh, hüpf! Sonst krieg ich noch, ne? Oh Gott, das ist... Nein, wieso? Jetzt hätte er einfach nur runterrutschen müssen. Ja, die Nudel. Okay. Wunderbar. Weil ich das Level... Die Stelle liebe ich. Das muss ich mir immer und wieder angucken. Deswegen... Genau, ja. Bin ja froh, dass ich wenigstens... Nein! Wir haben jetzt keine Zeit, um uns an Wänden entlang zu dingsen. Aber ich habe das Gefühl, es wird dann zu knapp, wenn ich mich daran runterbleiben lasse, weißt du? Ja, wieso? Der macht doch dann weg. Der kommt so schnell, war kein neuer. Musst ihn ja nur durchlassen. Nochmal. Der fahr da mal zusammen. Wenigstens macht er jetzt diese Steine hier weg. Ein bisschen zu knapp, Mädel, oder? Oh, noch einmal. Und du kriegst von mir auch Nasenring. Oh nein, was machen wir? Was machen wir? Das ist viel zu knapp. Ja, genau. Gute Nacht. Die Leben brauche ich eigentlich für den... Für den End. Was, ja. Meinst du, danach geht's nochmal auf eine andere Insel? Weiß ich nicht. Das wäre ja dann das dritte Kristalldienst, was der... Das hier jetzt, ne? Jaja, also denn... Weil bei diesem Emblem sind ja... Sind ja diese drei Kristalle irgendwie. Dieses blau, rot und grün oder sowas. Könnten sie mal ein bisschen schneller... Wohin? Ja, da. Ich musste nur kurz... Oh, Speicherpunkt. Gott sei Dank. Keine Zeit. Oh, Mann. Kleiner, blöder Baldro. Das ist doch nicht dein Ernst. Mann. Komm, Ball. Gib mir. Weg. Nein. Ich, ähm... Ja, genau. So mach ich's. Macht er den... Er macht diesen zum Anhängen... Auch weg? Ja. Natürlich. Oh, Mann. Bisschen später nochmal. Das ist echt... Das... Das ist ein entspanntes Level. Aber... Hallo. Also... Wer da nicht tiefenentspannt ist... Das... Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Komm nicht. Oh. Oh, 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 oh. Komm, geh weg. Hol dir, hol dir, hol dir, hol dir, hol dir, hol dir. Wohin? Oh, bist du nicht mehr ganz dicht, du Vogel? Aber die Feder ist mir, ne? Die Feder ist dir, ja. Die Feder mag mit mir sein. Kann ich nicht dadurch auch fliegen? Das würde alles so viel einfacher machen, wenn ich fliegen könnte. Ja, genau. Warte noch ab. Ja. Ja. Das war... Nein. War so froh. Ich war... Nochmal. Okay, sie will noch... Oh, wow. Ja, du hast... Ich hab nicht die richtige Rolle gekriegt. Ja, du warst am Anfang schon zu langsam. Sie wollte nicht mehr. Das wird doch schon... Kannst du mal... Oh, was ist mit dir los, du dumme? Pute. Mit Blume. Okay. Ich will meinen Controller nicht mehr rollen, oder was? Doch, der kann schon das... Also... Könnten wir jetzt mal bitte in Stimmung kommen? Okay. Weg, weg, weg! Ui. Nein, was... Ich muss mir auch hier die Stelle immer genau angucken. Weil ich die immer total toll finde. Meine Lieblingsstelle von dem Level. Und was? Was bringt mir das? Du musst dich da drauf und dann musst du da auf dem Ding ja so lange bleiben, bis du weit genug drüben bist, dass du dann hochmachen kannst. Okay. Wann, wann, wann? Wie? Du musstest genau abpassen, wann du dich weiter spucken lässt. Ja, das ist mir schon klar gewesen. Nur, wann ist der richtige Moment? Ja, wahrscheinlich, wenn die gerade durch sind. Oh Mann, das ist... Da hätte ich mich schon durchdingsen können, ne? Nein! Ähm... Also, zu dem... So. Du musst im Grunde genommen, wenn der erste durch ist... Achso, da muss ich mich schon durch... Da musst du dich schon, weil dann bist du... Weil die ja alle dann... Wo häng ich? Das häng ich noch an der Wand. Die sind wahrscheinlich an der Wand, was am runterrutschen, ne? Doch, kacke. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Nein, mache ich nicht. Du brauchst eine Pause, aber ich mache keine Pause. Warum sollte ich eine Pause machen? Schätzchen. Mal. Jetzt kann man lag da oben hin! Muss da oben nicht mehr hin! Und jetzt? Uhhh! Ah, die ist so blöd, ist die?! das hat eben so jetzt zudem kann ich ja so genau und jetzt genau du musst im grund genommen wenn der wenn die erste coole kugel an dir vorbei ist sofort weiter ich würde ja kannst du jetzt meins schleudern du sonst gebe ich dir mal ich kann das nicht haben in dieser ewigkeiten brauche mann was willst du denn da oben wenigstens konnte ich das austreiben so das war jetzt fange ich da an ich weiß doch wie es da an der stelle läuft jetzt kommen schleudern wir machen hier keine spürenzien die dann hier unter kontrolle zu haben wenn die da drauf geht genau oh mein gott ok keiner umständen hast du sie alle was nein da fehlt eine aber das würde ich vielleicht nicht jetzt machen ok mit der ein kann ich leben ich will da nicht noch mal rein wo habe ich die dann verpasst endkampf bitte lass es doch nur ein kampf sein ich will ja nicht erst hin ich will die fehler haben los bringt mich um die fehler kommt mit wie wie komme ich da dran wirst wahrscheinlich an die dann einfach nach oben bis dann hier unten drunter warten ja aber ich komme doch nicht hinterher dann musst du dann musst du da schon hoch hüpfen du musst dann auf diese eine plattform hoch hüpfen und wann da hier an der an der stelle musst du dann musst du hoch genau so und jetzt ab dafür der hat sie nicht mehr alle die haben sie nicht mehr alle und wo wir vielleicht dass ich mich doch ich weiß nicht ob ich das machen will bei manchen stellen frage ich mich eigentlich ob mir das dann nicht doch ein bisschen zu dann nervig ist wenn ich will du kleine meinst wegen den wegen den paar wie soll das denn auch gehen junge dankeschön für nichts wie denn ich brauche dafür zehn leben wie soll das denn unmöglich die kacke hier dürfte ich jetzt mein leben noch haben danke wohin ja weiter man das stresst da war auch eine feder glaube ich ja das das kommt vor das sind und bitte wie lange dauert denn so ein level weiß ich nicht ich bräuchte einen speicherpunkt komm her komm her da ist der speicherpunkt da ist der speicherpunkt da ist der speicherpunkt da kriegst du schon mal meine bratpfanne du vollidiot nein ich könnte kotzen ich könnte richtig hier deine ganzen untersetzer hier hier hast du noch eins hier hast du noch eins oh okay ich brauche einen speicherpunkt entweder ich haue ihm jetzt in die schnauze die schnauze ja genau ja ja bitte noch mehr vielleicht noch ein vulkan oder so wie soll das denn gehen unter umständen untenrum ich habe keine zeit nicht umzugucken man das weiß ich doch oh man das wird noch ein harter im kampf hier kann ich dem nicht einfach die musik ist aber schön ne ja ja jetzt kommt gleich wieder so dieser krampf hier untenrum hier geht noch nicht anders okay das war noch nicht die stelle wo du eben vorher das ist nervig das weiß ich aber wir müssen dem in die schnauze hauen weil sonst lernt er nicht ich meine ich kam ja schon weit ne eben ich hätte ihm gern noch den dritten untersetzer entgegen und dann bin ich zu weit nach hinten mhm ja dass du ja dass du nicht nach oben weg ja aber der macht doch nach oben unter umständen dass du früher abspringst und dich nach unten fallen lässt und dann kannst du dich wenn du an dich an den nächsten fallst ich bin gleich schon wieder hin auch man ich komme hier nie weiter ein ich bräuchte zwischendurch auch mal ein leben und nicht nur hier am anfang ja was der dann im prinzip gar nichts bringt weil da der speicherpunkt war ne also dann will ich dem selber in die schnauze hauen du spürst noch meinen knoten knäuel und wieder die stelle ich liebe das was meinst du wie lange hätte es denn noch gedauert bis da das weiß ich nicht du kriegst deine untersetzer hier in die nein 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 ja genau genau so mein freund und nein wo bist du denn hin und nicht mehr ja komm her, komm her, komm her komm her komm her ja 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 du hast ja 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 jetzt hast du alle drei kristalle noch mal ne 어때 ja 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 Haben die das jetzt alles geträumt? Ach, getane Arbeit. Ja. Es war wunderschön. Ja, es ist schade, dass ich jetzt auf dieser letzten Dings halt nicht die fehlt, aber das... Nein, das ist nicht schon mal... Da wirst du doch bekloppt dabei. Ja doch, aber es ist alles... Das passt. Das Spiel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht nochmal irgendwie ein Update kommt oder sowas oder nochmal ein TLC für irgendwie ein paar Euro, wo es dann nochmal irgendwie ein paar Level gibt oder so. Ich meine, es ist ja jetzt vorbei, weißt du, der hat die Kristalle wieder und zerstört, oder? Ja, ja, die Kristalle sind jetzt zerstört. Und das war's halt. Aber es ist... Also... Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. die Musik, das Level-Design. Ja, und auch sonst... Ja, zwischendurch hat man halt dieses Dings, dass es halt nicht glatt läuft. Weißt, dass man dann nochmal rein muss oder an manchen Stellen, wie zum Beispiel der erste Boss, wo ich da genau auf Timing da entlang segeln muss und wegen einem Pixel das nicht immer... und dann ging's auf einmal. Weißt, weil ich dann irgendwie richtig den richtigen Schwung hatte, ne? Ja. Aber es war... Muss ich ehrlich sagen, war eigentlich an keiner Stelle, wo ich wirklich gesagt hab, so, nee, spiel, du kannst mich mal. Ja. Ja, das ist halt dann der Unterschied, ob's dich frustriert ähm, oder ob man... Ja, es ist schwer, aber man weiß, wie es funktioniert und man muss dann einfach nur sozusagen genau die Stelle finden. Uwa, Upa! Ich möchte unbedingt den Song extra zu haben. Uwa, Uwa! Uwa, Uwa! Ja, also die Musik in jedem Level ist genial. So, und jetzt? Ja, im Prinzip kannst du ja jetzt alle... du kannst ja jetzt die ganzen Zeit... Aber... Ne. Ne, ne. Du kannst ja noch in die Galerie gehen oder sowas. Du hast ja dann da... Guck mal, ich hab... da hab ich komplett... Da fehlt mir eins. Das ist wahrscheinlich, wenn du, ähm, alle... in allen Levels alle Dings hast, alle Federn und so weiter. Ja. Genau, da hinten... da fehlt das... das ist das Letzte, was dir noch fehlt. Dass du alle Federn hast. Aber das muss nicht... Ich find das cool, dass man sich das hier angucken kann, die Modelle. Ja. Und die Musik kann man sich auch... warte mal... das ist cool. Aber ich find ich richtig cool, dass man sich die Musik hier... dann nochmal anhören kann, ja. Ach, schade. Hallo? Ach, das ist zurück. Ja, B war zurück. Ja, B war zurück, X war halt. Warte. So? Nein. Will er nicht. Was ist das? Das sind die ganzen... Das sind die... Das ist die Konzeptart und so weiter. Ja, und die Einzeldings. Ach, so kann man da durch. Hm? Mhm. A hofer Kohl. Wie sie das geplant haben, ne? Gezeichnet und so. Ja, ja, die verschiedenen... Und von was die abstammen. Also, was das darstellen soll. Welchen Fisch. Was das, genau. Ist das nicht der Fisch, den man auch in Animal Crossing angeln kann? Diese... Ja, Ayo-Dingensbums. Alapama-Dingensbums, genau das. Ja, genau. Irgendwas mit A. Aber nicht der Aro-Warner oder so, sondern das ist dieses große Ding, was man aus dem Fluss zieht. Genau. Die werden ja bei sich einen Meter 50 lang oder irgendwie sowas. Ach, guck mal da. Und mal eine Feder. Das sind so die ersten... So süß. Aber es ist... Ja, aber ich finde es gar nicht so schlecht, dass man so ein bisschen sieht, wie... was da in dieser Entwicklung alles so drinsteckt. Ja. Du musst halt... Im Prinzip... musst du eine Idee haben für jedes bisschen, was du da... äh... darstellen möchtest. Und dann siehst du halt, ne? Ähm... Ach, guck mal da. Und wie groß die dann zu dem Masopilami sein sollen. Ne? Hm. Dass es auch vom Hüpfen... funktioniert. Ja, genau. Das ist dann immer die... ähm... die entsprechenden... ähm... verhältnisse zu... zu deinem eigenen Charakter und so weiter. Ja, das waren ja die... die einzelnen... objekte so... auf der Insel an sich, oder? Das sieht richtig schön aus. Wie schon gesagt... Hier bestimmt halt alles meiner Meinung nach. Ja, das ist... Das ist... Einfach alles süß gemacht. Also, wie schon gesagt... Für mich hat sie's... Hat sie's auf jeden Fall rentiert. Auf jeden Fall, genau. Und kann ich einfach nur... empfehlen. Ja, denn... Also, jeder, der diese Spiele mag... diese Jump'n'Run und... Ja. Ja. Kann man so. Und wer auf Masopilami steht... Ja. Dann auf jeden Fall... Ist das auch ne Idee. Dann... Ja, dann... War's das, ne? Dann ist erst mal samstags... Wenn jetzt erst mal gar nix statt hat. Ja, im Moment... Wir müssen ja nicht. Bis uns dann wieder irgendwie... ein Spiel auffällt, wo wir denken... Oh... Ja. Vielleicht Unpacking oder so. So als... Entspannung am Wochenende. Ja, genau. Mit... Möbel... Also... Einräumen. Genau. Unpacking ist ja dieses... Umzugsspiel sozusagen. Du ziehst immer in eine neue Wohnung. Also man räumt... Dinge aus Kisten aus den Jahren. 97... 2005... Was es da an Dingen gab... ...den Dingen gab... Die man da zu dem Zeitpunkt... Haben hätte können... Wenn man da auf der Welt schon war... Und so. Ne? Wäre natürlich ne Möglichkeit... Ja, klar. ...dass dann... Ja, überlege ich mir. Und dann sieht man das in... unserem Streamplan. Genau. Und auf Twitter, wenn wir dann... Tweeten sollten, dass... Tweeten... Ja, tweeten... Genau. Dass wir dann... Dass es losgeht mit Unpacking. Genau. Ja. Ansonsten, wenn ihr noch andere Dinge sehen wollt... Oder die vorherigen Teile... Ja, wie zum Beispiel... Den von letzter Woche... Weil der Twitch irgendwie rumgesponnen hat... Der ist halt nur auf... YouTube zu sehen. Ähm... Ja. YouTube.com slash CallupGov. Da... Gibt es nämlich... Diese Teile... Und auch... Noch andere Spiele... Wie zum Beispiel... Wimmelbildspiele... Oder... Sims Let's Plays. Und... Äh... Ja, eigentlich... Ziemlich viele Dinge... Die wir da schon hochgeladen haben. Also schaut vorbei... Und habt Spaß. Genau. Ja. Genau. Das war es jetzt eigentlich schon. Ja? Und dann wünschen wir euch noch ein schönes Adventswochenende. Ja, es ist der zweite Adventmorgen. Und bleibt gesund und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Zum Beispiel am Montagnachmittag bei unserer Ranch. Genau. Ja, das ist ja. Ja, genau. Und so. Genau. Tschüss. Tschüss.